Willkommen zur nächsten Runde MW2 auf Subbase um die Rücken jetzt Auto zu weisen Ups ich hab vorher schon Auto zu weisen gedrückt Wie will man nicht denn mit Rekmeyer? Alles so auf der mit Scheiße Nein, das fand ich Doch Okay Was sagst? Letztes Mal warst du auf der mit Scheiße? Das war richtig schlecht von mir Warum? Was? Ich schieße dir in den Kopf zweimal Scheiße Ich hab da was drauf gehabt auf meiner Klasse Also Alex, wir haben Claymore dabei Ja Jonas, ich wollte eine Granate werfen, haben aber eine Claymore gesetzt Das ist eindeutig die falsche Klasse Also Alex, vorsichtig drei Bomben Alex hat ihn in den Kopf geschossen Warum hast du schon wieder jede Runde Seitenwechsel? Egal Weil das so ist, das ist doch scheiße, wenn man jede drei Runden Es ist normalerweise zwei Egal E3 Kommen wieder eine Claymore bei B Bei B? In der Mitte ist er gegangen Was war das denn? Alter Er mit seiner Scheiß Magnum E3 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 E4 E3 E4 E3 E4 E3 E3 E4 E2 ich hab Alex zweimal in den Kopf geschossen ach nichts war da los eh keiner ja irgendwie nicht ne oh Kletter und der andere ist da in dem anderen Häuschen lol wie hast du mich gesehen lol du hast einfach mal ne Granate aufgemacht nein ich hab dich gesehen Alex ist da hinten bei dir was die erste Klette im Spiel nein ich lieg da oben ganz gechillt aber wie du dich freust ich meine was ist darf man nicht ich hab's lustig ja 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 was war da los ey Jonas Mann nenn dich mal nicht Summer ja ich bin aber gut ey ey ich hab mich nirgendswo hinwerfen aber wie hast du mich gesehen ich hab dich einmal vorgucken gesehen scheiße wieso wieso ich hab meine eigene Trottel was hab ich hier kein Dings da drauf ey wo war der oben da oben da wo ich sonst nochmal kam du weißt wo ich meine ja so wieder zurück da muss ich ja schneiden ey nein hier ist einer drinnen in der großen Halle was ich hab sie direkt in die Schu ich spiel mit der Schu... weil ich hier ein Dingern besser finde aber ich hab ihn auch mit Schuilrämpfer findest du besser? ganz ehrlich ich hab der genau in die Fresse geschossen da hat mich das Ding glaube ich gerettet nein ich hab der genau in die Fresse geschossen anscheinend nicht Jonas du bist Host also mecker nicht rum ganz ehrlich teilweise hab ich nicht das Gefühl hier ist Host voll für den Arsch das bringt gar nichts alter hier ist der Host am krassesten soll ich hosten? ja ey ich würd's auch nehmen fick dich nein das gibt's nicht ich hab die nicht einmal getroffen ah der war übrigens links außen und der ist entweder mittig zu B gelaufen oder ganz links außen oder da kommt ne Kölnge da hab ich gerade so um ich hörte so ja leid ah du hast mich nicht getroffen genug die Sinter nein die sind hinter mir im Boden geschlagen also du hast aber nicht gespürt ja aber er hat mich nicht getroffen wie ich stand da er hat mich treffen ich hab das tatsächlich doch wir steh jetzt nicht an naja du bist nicht ich hasse das wenn die Dornatt los durchlaufen ja wer hat denn die Granate geworfen was ist mit der schroth los ich hab ich bin nicht mehr mit der schroth ganz ehrlich er hat mir gar nicht getroffen nein deswegen ja ich hab dir die ganze Zeit aufgeheizt das ist so langweilig 50 Punkte man ja komm ja komm schießen um die Ecke was da los bei dir Blackboy ich fühl mich irgendwie immer so ja ich hab immer Schiss wenn ich auf kurze Distanz dann spiel dann verkack ich ey fick dich an man ja und dann nicht alter ich verstehe das nicht mehr der lag in der Mitte irgendwo so auf keine Ahnung ist dann weggelaufen ich weiß was ich meine nein ich weiß ey Jonas warum bist du eigentlich als erster ich kann eigentlich auch nicht aus dem Team ja für schon wir alles genug gleich haben Jonas wir haben echt wenig Punkte ne ja Jonas wir haben echt wenig Punkte ne aber Alex hat immer noch weniger ja ihr müsst mich mal töten ich will die nächste Killserie haben ich bin da nicht da war einer ja 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 jonas wir können uns eigentlich irgendwo hin hocken und nichts machen denn Alex muss planten und der plantet nie warum nicht warum nicht seitdem wechseln alter 12 1 ihr müsst mich mal töten ich will die nächste Serie das Zielverleidigen also bin ich nur fünfmal gestorben und ihr siebenmal also fickt euch hin das ja und jetzt kann ich zumindest die nächste ich soll zwar nicht achten wieso wahrscheinlich die bombe noch 30 sekunden alex ich habe die 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 gewinnen gewinnen irgendwann trifft man das Ah, komm. Oh, Jonas, das geht mir echt auf die... Ah ja, das ist schwer, dass wir gleich wieder um mit jedem mal... Nee. Gelogen! Ja, er ist gerade da in dieses Gebäude gegangen. Das haben wir nie so gemacht. Ja, Mann, ey! Das ist voll kacke. Ich habe das Gefühl, jetzt wird der Alex aggressiv. Ich habe irgendwie richtig das Gefühl, Alex wird aggressiv jetzt, ey. Ja! Good job. Aber was ist schön gemacht, Alex? Ganz ehrlich, warum habe ich aus der... Meine Fresse, ey. Wie er sich erst mal sortieren muss, uuuuh. Jonas zu blöffen. Wir haben die Worte! Meine Fresse, ey. Das haben wir immer so gemacht. Doch, das war einfach so. Den Bomben haben habe ich auch immer hochgestellt. Ich sehe, das war so ein Maus- und Katze-Maus-Spiel, ey. Bist du immer ganz knapp an mir weg und jetzt bist du fast schon wieder weg gewesen. Batman springt aus dem Fenster. Ja. Einer oben aufs Dach. Er mit seiner scheiß Fahrmacht mit dem Aufsatz, ne? Woher ist er denn? Oben auf dem Dach. Auf der A-Seite. Lustig. Wir haben ja gar keine Drohne, aber... Welches Dach? Das Dach oder das andere Dach? das hier wo denn hier hier auf der anderen Seite nein wo war Jan das ist kein Dach auf der anderen Seite das da das meinte ich nicht ach da jetzt runtergesprungen immer wüsste hier warum was der Scheiß Treppe so habe ich den Eck das Erkennen war Prozent Prozent wenn du das besser als du wir haben soll man besser ich kenne mich für eine Kampagne und die Hälfte haben ein Zimmer okay war geil ne ooooh wo ist die fucking Aufgangsdrohne oder schieß sie ab meine Fresse ey ich hab gerade mein Headset umgeklappt ja ne kleiner Pisse ey oh egal die Drohne darf ich da sein sonst spiele ich nicht guck mal hier ich schieße jetzt wie so ein Idiot auf die Drohne am anderen Ende des Ganges aber mit der UMP dauert das ein bisschen ich bin Morgens ist nicht falsch ach nur das sind drei Punkte du bist ja stolzer raus aber ich hätte eben den kill ich hätte Alex eben killen müssen du hast mich gekillt du Arsch nein eben da durchs Fenster bei unten hier vor oder so ey eben bin ich auch nur gestorben weil ich meine was war das denn für eine Granate du hast doch alter wie kannst du die Granate denn irgendwie so 2 cm ja tot von der Halle du bist als einziger ey ganz ehrlich das ist doch scheiße ja 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 du hast ja mal hässlich schwul und scheiße bist ja du hast ja mal 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 wir haben auch ein ja wir haben auch wir haben ja 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 das ja Jonas Jonas und ich kann es heute schaffen nein und da ist einfach mal wo ich stehe oder sie hat eine aufgelistung ich habe doch die scheiß drohne geschossen oder so soll ich weglaufen ganz ehrlich kommt um die ecke ich glaube ich bin der spiel ist gleich noch nicht als nächstes es ist eine billige maus